So, einen kleinen Nachtrag habe ich noch. Vielleicht ist es ja dem einen oder anderen aufgefallen, aber für alle anderen, die können da nochmal reinraten, was ist das Besondere am verbotenen Landespielsystem, was die Magie angeht. Zumindest unterscheidet ist das Ganze von jedem anderen Rollenspielsystem, was mir bekannt ist, auch wenn ich mir gut vorstellen kann, dass es bei anderen ähnlich ist. Genau, der Verstand, also Witz, spielt bei der Magie keinerlei Rolle. Das heißt, egal ob ich einen Wert von 2 oder von 5 oder sogar von 6 habe, egal was ich in irgendwelchen Skills habe, ich zaubere immer gleich gut. Ich könnte also einen Magier komplett auf Stärke aufbauen und den Verstand ignorieren. Der einzige Nachteil wäre, dass ich einige Skills, wie zum Beispiel Lore, den ich brauche, um Zauber niederzuschreiben, schlechter beherrsche. Aber grundsätzlich würde es keinen Unterschied machen. So, das war es auch. Jetzt aber. Tschüss!